Sie wollen gerne Urlaub machen mit Ihrer Familie. Sie verbrechen sich das ganze Jahr den Kopf, wohin sollen wir reisen? Soll die Reise nach Tunesien gehen? Soll die Reise nach Spanien gehen? Soll die Reise nach Thailand gehen? Irgendwohin? Ich gebe Ihnen einen Tipp, weil die Reisen sind alle toll. Die beste Reise ist diese Reise, hier. Das Paradies, all inclusive, 0 Euro. Und zwar informieren Sie sich, wie Sie die Reise richtig durchführen, den Reiseführer bekommen Sie hier. Das ist der Reiseführer. Wenn man die Reise zum Paradies geht, möge Allah uns alle ins Paradies führen, denn dies ist die beste Welt. Dort gibt es Dinge, die kein Auge gesehen hat, die kein Ohr gehört hat und die noch nicht beim Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar sind. Und der Weg dorthin, das detaillierte Programm, wird hier erklärt. Das detaillierte Programm heißt Islam. Alhamdulillah.